Moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr habt es sicherlich schon im Titel gesehen, heute habe ich mal was anderes, aber was sehr sehr cooles. Und zwar testen wir ein Fake-Lego-Star-Wars-Set von Temu. Temu kann man sich eigentlich so ein bisschen wie eine App oder wie so eine Online-Plattform vorstellen, wo man einfach shoppen kann. Das Problem ist, die Sachen, die da hergestellt werden, kommen halt zum Großteil aus China. Deswegen dauert es erstmal eine halbe Ewigkeit, bis es bei dir zu Hause ankommt. Und das Problem ist, dass es halt dort viele Fakes gibt. Also die Markenrechte sind nicht vorhanden, aber trotzdem wird etwas hergestellt. Genauso war es hier bei meinem Set. Und zwar habe ich mir hier von der Marke Bingpricks, das kam dann quasi in so einem kleinen Ding, ein Fake-Lego-Star-Wars-Set bestellt. Ihr seht jetzt mal ein Bild eingeblendet, wo ihr seht, dass ich dieses Set für ungefähr 12 Euro was, glaube ich, bestellt habe. Das kam dann an, wir haben hier den sogenannten Droid-Carrier, kennt man, glaube ich, als Lego-Star-Wars-Set, als Original-Set. Und wir bauen das Ganze jetzt einfach mal auf, gucken uns die Qualität an und am Ende gebe ich euch mein Fazit, ob sich sowas lohnt oder nicht. Ich dachte mir, wir legen einfach mal los, indem ich euch zeige, wie das Paket angekommen ist oder beziehungsweise was denn drin ist. Die kleine Pappschachtel, habt ihr vorhin ja schon gesehen, ist nichts Interessantes dabei. Da drin waren aber zwei Anleitungen. Einmal die hier, das ist wahrscheinlich so der zweite Teil und einmal die hier, wo wir auch das Bild das erste Mal richtig drauf sehen. Droid-Carrier 6 Plus LC9061, 189 Teile. Was mir dann direkt aufgefallen ist, wenn man sich diese Anleitung anschauen will, es ist nicht ganz so typisch, die aufzuklappen, weil ihr seht, man macht hier quasi so eine große Broschüre draus und hat dann hier die verschiedenen Teile, wie man das Ding zusammenbaut. Ich würde sagen, also rein von der Qualität fühlt sich das jetzt echt nicht schlecht an und auch von den Bildern würde ich sagen, geht besser. Also bei Lego sieht es deutlich schöner aus, also von der Qualität her meine ich. Aber auch hier erkennt man, würde ich sagen, alles was man machen soll und das werde ich auch gleich einmal tun. Wir haben natürlich auch hier noch den zweiten Teil. Das ist quasi, wie gesagt, dasselbe Prinzip, das muss man einmal komplett aufklappen und dann haben wir die Anleitung damit durch. Das Wichtigste ist hier aber natürlich die Teile, die Minifiguren ETC. Die kamen hier in einer großen Tüte und da drin sind sie auch nochmal in kleineren Tüten. Wir sehen es sogar auch durchnummeriert, genau wie bei Lego. Und das sieht, so würde ich sagen, verdächtig echt aus. So, ich habe jetzt hier mal einen Beutel ausgeschüttet, dass ich gleich mal die Steine fühlen kann und hier haben wir, wie gesagt, noch zwei von diesen kleineren Beuteln. Und ich muss ehrlich sagen, die fühlen, also gut, das ist halt Plastik, fühlt sich ganz gut an, ne. Aber optisch könnte man das auch so für Lego halten mit dieser Nummer, finde ich. Sieht ziemlich ähnlich aus. Aber kommen wir zu den Steinen. Da bin ich tatsächlich sehr drauf gespannt, wie sich die jetzt so richtig anfühlen. Und okay, also ich habe mit wirklich sehr, sehr minderwertigem Plastik gerechnet. Das Ding zerspringt gefühlt fast, so hätte ich mir das vorgestellt. Aber das fühlt sich tatsächlich jetzt besser an, als ich dachte. Also natürlich, man sieht, dass hier jetzt kein Lego und sowas drin steht, ne. Also man erkennt, dass es nicht original ist. Ja, okay, die hier fühlen sich nicht ganz so nice an. Aber ich würde sagen, ich baue das Ding jetzt mal auf und dann schauen wir uns das mal an. So, ich habe das Ganze jetzt hier einmal aufgebaut. Wir schauen uns das einfach mal kurz an. Wir haben zwei von diesen Steps-Speedern mit dabei. Naja, die sind optisch jetzt, würde ich sagen, jetzt nicht super schön. Sie sind auch nicht super hässlich. Es ist halt okay. Davon haben wir zwei Stück mit dabei. Die sind auch quasi ganz genau dieselben, werden eins zu eins gleich gebaut. Was tatsächlich ganz cool ist, ist dieser Troid-Carrier. Ich finde, der macht optisch eigentlich einen ganz guten Job. Ich finde, der sieht jetzt nicht hässlich aus. Wir haben hier unten auch diese süßen kleinen Rollen dran, sodass man den ja auch eigentlich wirklich schön über so eine glatte Fläche quasi rüberziehen kann. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Druiden drauf Platz. Wir haben hier vorne so ein Cockpit, was man hin und her klappen kann. Da kommen wir auch gleich schon zum ersten Weckerpunkt. Hier vorne kann man so ein bisschen hin und her. Hier haben wir noch so eine Lampe. Aber rein optisch ist das gar nicht so verkehrt. Es ist aber ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass das Ding hier eben abgefallen ist. Denn tatsächlich sitzen die Steine nicht immer 100% fest. Ich finde, ein gutes Beispiel ist auch hier. Wenn ich das hier jetzt noch so ein bisschen hin und her drehen würde, zack, ist das auch schon wieder ab. Also die Qualität ist halt wirklich echt nicht so geil. Es war teilweise sehr schwer, die Steine ineinander zu drücken. Es hat auch in den Fingern ziemlich weh getan. Okay, bei mir sieht man es jetzt nicht wirklich. Aber es war auf jeden Fall nicht angenehm. Man hatte nicht viel Spaß beim Bauen. Wenn man das jetzt einfach mal außen vor lässt, dass man nicht so viel Spaß hatte mit dem Bild an sich. Aber es gibt ja viele Minifiguren. Hier muss ich mich leider auch enttäuschen. Ich meine, die sehen zwar optisch, würde ich sagen, täuschend echt im Vergleich zu Lego aus. Aber sie fühlen sich wirklich sehr, sehr billig an. Wie gesagt, optisch habe ich da überhaupt nichts zu meckern. Aber wenn man die anfasst, ich weiß nicht, es ist einfach anders. Und sie fühlen sich wirklich einfach billig an. Anders kann ich das nicht sagen. Ist echt nicht mein Fall. Dasselbe gilt hier auch für die Superkampf-Truiden. Die sehen es ja auch optisch an sich wieder ganz schön aus. Wobei auch die Farbe, glaube ich, nicht so ganz richtig ist. Aber auch die fühlen sich wirklich so billig an, dass das keinen Spaß macht, die in der Hand zu haben. Auch vom Gewicht her sind die ein bisschen anders. Also ich finde das einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe ja gerade erwähnt, dass es keinen Spaß gemacht hat zu bauen. Ein Punkt war auch die Anleitung. Weil man ganz oft nicht erkennt, was man machen soll. Vor allem auf diesen Detail-Sachen hier, wo man gucken soll. Könnt ihr hier erkennen, was das für Steine sind? Und was man da ganz genau machen muss? Vor allem so in den ersten beiden. Das hier sind übrigens zwei verschiedene Steine. Hier kommt noch ein dritter dazu. Ich finde, ich erkenne da überhaupt nichts. Ich sehe einfach nur schwarz. Und das hat halt einfach überhaupt keinen Spaß gemacht, weil man sich diese Anleitung nehmen musste, ganz nah ans Gesicht halten musste, um überhaupt irgendwas zu erkennen. Und ich finde, das macht halt den Bauspaß einfach komplett kaputt. Auch wenn das Endergebnis am Ende jetzt nicht super schlecht ist, aber halt auch bei Weitem nicht gut. Nachdem ich mir das Ganze jetzt einmal so im Detail angeguckt habe, muss ich einfach ganz klar sagen, von mir kriegt das hier keine Empfehlung. Ich bitte euch, wenn ihr Lego Star Wars kaufen wollt, kauft das Original. Das hier bringt euch überhaupt nichts, wenn ihr das irgendwo im Regal stehen habt. Ihr könnt damit nirgendwo angeben, weil es ist ja sowieso nicht original. Die Qualität ist kacke und jeder, der das einmal in der Hand hat, merkt das. Daher bitte eine Bitte von mir an euch. Kauft euer Lego einfach original. Oder wenn ihr es halt nicht wollt, dann lasst es natürlich. Ihr müsst natürlich nichts kaufen, ist ja logisch. Aber diese ganzen Fake-Sachen haben halt einfach meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Sehen nicht schön aus. Bauspaß ist gleich null. Also was will man damit denn überhaupt machen? Schreib du mir doch aber jetzt gerne mal in die Kommentare, wie du zu Fake-Legos Star Wars stehst. Ob es jetzt hier von Temu ist, von Mold King oder wie auch immer. Wie stehst du zu Fake? Würdest du es kaufen, ja oder nein? Meine ganz klare Meinung. Ein ganz klares Nein von mir. So, wir sind jetzt hier auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abonnement freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und macht's gut.